Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute haben wir für euch von Templars Gear die neuen Trainingsplatten. Wer einen Plattenträger hat, weiß, Platten sind schwer, Platten können auch relativ schnell kaputt gehen, gerade wenn man die auch zum Training nutzt. Deswegen sollte man mit Trainingsplatten arbeiten. Jetzt gibt es viele Hersteller, die Stahlplatten im Angebot haben, aber ich sag mal so, wenn ich eine Stahlplatte habe, habe ich zwar das Originalgewicht, aber dann knallt es mal auf den Boden, dann ist der Plattenträger vielleicht noch beschädigt. Da wäre was, was ein bisschen weicher abfedert, aber trotzdem das Gewicht bringt besser. Ihr kennt alle hier mit Sicherheit diese Variante von Amazon Gear. Das ist so eine Airsoft-Trainingsplatte aus Plastik. Kommt dem Original schon relativ nah, ist natürlich super leicht, müsste man mit Sand füllen, also eher eine unangenehme Sache. Und vor allem, ja, steif, steif und fest. Diese Gummimatten hier sind schon ein bisschen flexibler. Dann gibt es hier selbstgemachte Platten, kann man auch aus Moosgummi sich einfach bauen. Da kriegt man aber in der Regel auch nicht das Gewicht so hin, wie man das gerne hätte. Ist aber auch eine Möglichkeit. Hier seht ihr jetzt mal eine echte Platte von Best Protection. Und nebendran die neuen Trainingsplatten von Templars Gear. Templars Gear macht ja Plattenträger, wie ihr alle wisst, und taktische Ausrüstung. Da kommen demnächst auch bei uns hier die neuen Generation 3 Plattenträger, also auf jeden Fall wieder einschalten. Wir haben jetzt nur erstmal gesagt, wir stellen erstmal nur die Trainingsplatten vor. Die gibt es jetzt einmal hier in der 1,5 Kilo Variante. Dann ist das Ganze ein bisschen schlanker. Und dann das Ganze nochmal in der 2,5 Kilo Variante. Da habt ihr ein bisschen mehr Profil natürlich, aber auch das Gewicht. Und hier seht ihr auch schon, von der Ausführung her, ist diese Platte wirklich genau dem Original nachempfunden. Wir haben diese Wölbung mit drin. Ja, wir haben hier wirklich eine Wölbung mit drin. Wir haben die Form, wir haben oben die Kanten. Also es ist sehr nah am Original. Trotzdem leicht flexibel. Das heißt gerade auch fürs Training ideal. Und wenn ihr das in euren Plattenträger packt, dann habt ihr da auf jeden Fall nicht das Problem, wenn da mal runterfällt oder sonst irgendwas, dass da was beschädigt wird. Eins kam gerade noch vom Stefan von hinter der Kamera, weil der Stefan ja nicht nur filmt, sondern auch immer nochmal guten Input gibt. Nämlich, er hat gerade gesagt, ganz klar, mit so einer Stahlplatte im Training, wenn man da hinfällt oder so, kann man sich böse verletzen. Hat man zwar das Originalgewicht, aber durch diese Steifigkeit ist die Verletzungsgefahr natürlich deutlich höher als hier mit so einer flexiblen Platte. Weiterhin ist eine Stahlplatte mit Sicherheit vom Kostenfaktor deutlich höher als diese Platten. Die kommen hier nämlich zu einem sehr, sehr guten Kurs. Außerdem werden diese Platten jetzt zusätzlich auch im Bundle angeboten. Das heißt, wenn ihr von TemplerSkir einen Plattenträger kauft, könnt ihr auch optional im Bundle gleich die Trainingsplatten mit dazu kaufen, was wir eigentlich eine sehr coole Sache finden. Die TemplerSkir Trainingsplatten sind in Kürze bei jedem Händler verfügbar, der TemplerSkir hat. Wir haben gerade mit TemplerSkir gesprochen, die haben gesagt, die sind schon unterwegs im Shipment. Das heißt, in den nächsten Tagen oder beziehungsweise wenn das Video online geht, sind sie vielleicht sogar schon bei eurem Händler des Vertrauens online. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Nutzt ihr zum Training Trainingssapis? Sagt es uns, schreibt es in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat. Wie immer an dieser Stelle, Lack, Liken, Abo und die Glocke klicken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye. Bis dann, macht's gut.